Was ist eigentlich ein Schwimmerschalter? Wie funktioniert der und wofür kann er alles verwendet werden? All das klären wir in diesem Video. Ein Schwimmerschalter ist letztendlich nichts anderes als ein ganz normaler Schalter, wie zum Beispiel ein Lichtschalter auch, der eben etwas an- oder ausschaltet. Aber, anders als bei einer Lampe, wird der Schwimmerschalter nicht von der Hand, sondern beim Erreichen eines bestimmten Wasserstandes geschaltet. Eingesetzt werden so Schwimmerschalter vor allen Dingen in Tanks und Zisternen, zum Beispiel zur Regenwassernutzung, und können aber letztendlich überall dort eingesetzt werden, wo ein bestimmter Wasserstand eine Aktion oder eben eine Schaltung auslösen soll. Ganz grundsätzlich gibt es verschiedene Arten von Schwimmerschaltern. Einmal den Trockenlaufschutz hier in Rot und dann zum anderen die Nachspeisung mit Leitungswasser hier in Gelb. Gucken wir uns jetzt als erstes mal den Schwimmerschalter zum Trockenlaufschutz an. Also, so ein Schwimmerschalter zum Trockenlaufschutz, der soll eben eine Pumpe davor schützen, immer weiter zu laufen, auch wenn gar kein Wasser mehr in der Zisterne ist. Dadurch könnte nämlich die Pumpe zu heiß werden und dann kaputt gehen und im schlimmsten Fall sogar einen Brand auslösen. Wie funktioniert das jetzt genau? Also, wir gehen davon aus, die Zisterne ist ganz normal mit Wasser gefüllt. Der Schwimmerschalter schwimmt hier auf und man sieht, es fließt Strom, wie her in der Lampe zu sehen ist. Die Pumpe kann jetzt also laufen und dann entsprechend das Wasser fördern. Sinkt der Pegelstand jetzt ab, dann sinkt eben auch der Schwimmer mit. Und ist jetzt ein kritischer Pegelstand erreicht, zack, dann schaltet sich der Strom automatisch durch den Schwimmerschalter ab. Das heißt, die Pumpe kann jetzt nicht mehr laufen und ist damit auch vor dem Trockenlaufen geschützt. Und erst, wenn die Zisterne sich dann wieder mit Wasser füllt und einen Mindestfüllstand erreicht hat, dann wird eben durch den Schwimmerschalter die Pumpe auch wieder für den Betrieb freigeschaltet und sie kann wieder Wasser pumpen. Dabei ist es ganz egal, ob es sich jetzt um eine Tauchpumpe wie hier handelt oder eine frei aufgestellte Saugpumpe, die zum Beispiel in einem Technikraum außerhalb der Zisterne steht. Also die Schwimmerschalter eignen sich für beide Pumpenarten und dementsprechend gibt es auch unterschiedliche Kabellängen für diese verschiedenen Einsatzgebiete. Was genau passiert denn jetzt bei einem Schwimmerschalter zur Nachspeisung? Also, es genügend Wasser in der Zisterne und der Schalter schwimmt auf, dann fließt auch kein Strom, weil wir ja keine Nachspeise brauchen. Also genau andersrum wie beim Trockenlaufschutz. Erst, wenn jetzt ein bestimmter Wasserstand unterschritten wird, dann fließt Strom und die Nachspeisung wird eingeschaltet, wodurch die Zisterne dann mit Leitungswasser aufgefüllt wird, bis der Schalter eben wieder aufschritten und damit dann auch die Nachspeisung abschaltet. Wie viel Wasser jetzt nachgespeist wird, das hängt ab vom Abstand vom Schalter zum Drehpunkt hier. Und je größer dieser Abstand gewählt wird, desto mehr wird dann eben auch nachgespeist. Ganz grundsätzlich gilt hier, je 10 cm Kabellänge wird der Wasserstand um 14 cm erhöht. Wird der Schwimmerschalter wie hier jetzt mit Schalthebel und Schelle verwendet, dann ändert sich der Pegelstand hier um 9 cm, was in etwa einem typischen Tagesbedarf für einen Haushalt entspricht. Die Schwimmerschalter werden standardmäßig mit einem dreiartigen Kabel ausgeliefert. Dafür gibt es dann eben auch den passenden Zwischenstecker, der dann an das Kabel vom Schwimmerschalter angeschlossen wird. Und je nach Pegelstand liefert die Steckdose dann also Strom oder eben nicht, wodurch sich dann die Pumpe oder eben auch die Nachspeisung ganz einfach steuern lässt. Dementsprechend lassen sich die Schwimmerschalter also nicht nur zum Schutz vor Trockenlauf oder eben auch der Nachspeisung verwenden, sondern letztendlich überall da, wo ein bestimmter Wasserstand eine Aktion oder eine Schaltung auslösen soll, entsprechend ob Strom auf der Steckdose sein soll oder eben nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017